Ah, der Zoll mir direkt vor die... Jawoll. Woher kommen denn die her? Da los, ey. Oh, die Nest. Können wir den dann warm ausschalten? Der nervt bisschen, ne? Alarm. Warte, man hat da reingehauen. Na, der Grillkraft bist du. Hm? Ja, Grill. Oh ja. Dicke Steak oder so jetzt, hm? Nacken Steak. Oh, geil, ja. Freue ich mich schon vor allem abend auf uns so komische... Irgendwann hat er zu essen. Brot, ne? Ja, lecker. Hey, hätte er nicht geschrieben, dass er die Bahn reserviert hätte ich jetzt vollkommen vergessen. Wie die Bahn. Ach, wegen Bowling. Ach so, ja. Wieso jetzt so jetzt? Ich hab überhaupt nicht mit reingedacht, dass das jetzt, äh, heute ist. Na, heute schon. Aber du hast ja mitgekriegt, was es zu essen heute Abend gibt. Ich bestell noch ein Bowling, was für Notfalls ist mir egal. Bin doch relativ schmerzfrei. Bin nicht kummer vorbei. Apropos, wie sieht's aus, wenn wir morgen zum, zum, zum Pizzamann gehen bei dir? Boah, geht nicht. Was? Morgen kann ich auch nicht. Was? 45. Ja. 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 Mach schon mal auf. Wer? Ja. Lauf mal. Lauf. Hey, schub sich. Schubster. Einmal kurz durchgeschubst. Stromgenerator einschalten. Dann schalte. Falter und falter, Dennis. Stromgenerator stabilisiert. Warnung, es wurden Gegner entdeckt. Gegners. Alarm. 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 Ja, mein Radar hat einen gefunden. Weiter reicht's nicht. Einen. Bitte nicht. Ja, dann kommen wahrscheinlich noch mehr, aber ich hab's nicht mehr auf dem Radar erwischt. Ab in die U-Bahn, oder was machen wir, Jungs? Hey, ab in die U-Bahn. Gegner hinterher? Was? Ey, oberst. Geht. Gegner hinterher, ja. Ey, oberst. Geht. Alter. Was ist das? Einmal kurz vorliegen. Desmetiert. Oh, scheiße. Fiii. Mh, ein Granätchen. Jawoll. Ja, nein, dafür soll ich gesund sein. Was war der, ja? Wann nicht? Wann nicht? Wann nicht? Wann nicht? Oh, geil. Mittlerweile. Ja. Ey, ich hab eben so lange auf die Haarsträhne geschossen, bis er tot war. No one, nein. Wir sind alles auf Kopfschuss gezielt, das war ja das Geile. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Du kannst in die Luft über deine Schieße und kriegst schnell einen Shot. Ey, die Leute hier einen großen Griff verboxen. Verboxen. Ja, der Geile gibt's mit für das. Etwa. I know. Oh, du machst Boom. Ja, und alle rennen weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja. Ah, ich hab den... Ja. Was? Weil die hat's Boom gemacht. Die hat's nur so Boom gemacht, meine Energie ist so... Ah, gut. Einen Leute weg. Das ist ein Problem, ich komm einfach nicht gerade durch, weil der Dali mir genau von der Kiste rumläuft. Sag doch was. Ich hab jetzt gar nicht gespielt gesehen, dass du das warst. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich steh jetzt bis zu rechts und dann passt das. Ja, find die. Ich mag voll, dass die Maschinengewehre... Daua. 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 Denn je länger du damit abdrückst, das genau werden die Dinger. Echt? Das ist ihm für Dauerfeuer gemacht. Okay. Du machst die... die Wurfmaschinengewehre den hast oder was? Nee, das richtige Maschinengeweh, aus der frischen Kansch. Achso, dann. Okay. Vielen Dank, Agent. Wie ich gehört habe, haben Sie einige Zivilisten gerettet. Wir sind sicher kontaminiert nach allem, was Sie durchgemacht haben. Zufall. gute arbeit hier gibt es nichts mehr da ist noch eine kiste hier ist noch was blaues oder grünes grün ja toll mein inventar ist voll deswegen lehr ich es so schön oft ja ich muss jetzt eh mal ins safehaus kann ich wieder sich einfach vordrängel sein erstmal alle anstellen bitte ja ich hab platz für 44 sachen bei mir im inventar mittlerweile ich habe platz für 48 50 was 43 sind es nur war trotzdem so ich hau jetzt ab ins safehaus das funktioniert schon hier ohne ja funktioniert die frage ist noch mal klar die ins ins ding ins gehen mal kurz ein safehaus und dort aus ist kürzer bis hier wieder raus bisch leider die nebenmissions abgeben wo gibt man die noch mal ab irgendwo hier muss ich gar nicht abgeben das schon abgegeben ist automatisch naja du kriegst aber normal wenn du die ganze nebenmissionen machst wo der typi dir gebt kriegst du noch mal so einen bonus aber irgendwie ist das gerade nicht der fall so gehe ich auch mal ins safehaus ich komm gleich nach ich bin ja gerade noch vom inventar lern wo das jetzt mache oder nachher ist ja relativ egal ich habe eine ausdauermod bekommen eine ausdauermod ich hätte gern endlich mal das schnelles laden oder sowas weil akku nachladen das dauert so übel stellen weil es übel ja hast du für elf müsste die sch*** karte da steige ich um fast 1000 punkte 5.790 dollar jetzt habe ich 6.700 dollar alter was ist das ich habe 2400 ob ich das ganze zeit auch ein vektor karabiner 545 technik bei dem kraft ding gegenüber von den läden zu daten bauen kann ich kann ein sniper für stufe 12 zusammenbauen mit 3.000 irgendwas schaden ja nur kannst du nicht anziehen aber im nächsten level habe ich es ja die sache wurde der finch kannst du halt auch in der offenen welt finden ja genau da kannst du die darkzone alle mitnehmen die ganzen waffenfähigkeiten und alles hast du in der darkzone auch nix darkzone hab es gerade von offener welt ja aber crafting frühzeitig anfangen das zeug zu sammeln desto mehr kann ich nachher bauen weil du findest so viel zeug da musst du gar nichts kaufen eigentlich am anfang scheinbar kann man hier nichts abgeben egal mehr gehen wir weiter warte warte ich muss ja noch was verkaufen ich habe tolle angebote für sie ich brauche mehr kunden ich habe zum beispiel 138 stoff ich habe es also wäre ich so ein zeug noch bekommen so leidungstechnisch da habe ich auch einiges eingesammelt ich werde sie wollen es gleich ausprobieren ja so laufe ich rum habe ich ja auch das ding so schanker so dann würde ich sagen gehen als haku haku wer war's haku äh dinge aufwerten oder nicht wir haben gerade eine neue ladung der opo gebracht ach da war ja was jetzt geht's ab an die napalm ja jetzt geht's an die napalm dinge sonst wäre es mir jetzt zu leicht gefahren wir haben gerade eine neue ladung wir haben gerade eine neue ladung wir haben das hauptfadet der klinas gefunden die benutzen eine baustelle als operationsbasen und nachschubladen ja manchmal rennt das ding komisch lässt sich nur schwer verstecken wenn man genug napalm kocht um ganz gerne hier zu grälen jetzt geht's ab das sagen will ist dass sich dort auch ihre hauptproduktionsanlage für napalm b befindet ohne die anlage wären die klinas ein sehr viel kleineres problem keine pläne schön hier natürlich können sie nicht einfach da reingehen wo mein hos wechselt die sieht scheiße aus der jörg Farrow ist anscheinend ihr anführer und er hat die hälfte seiner leute zur verteidigung zusammengezogen die müssen sie ausschalten sonst wird das nichts jetzt sehe ich noch die kugel in meinem kopf einschlagen das ist mies führe es nur da hat er in dem video drin mit ein neues video geld scheinen das macht das von vorhin wahrscheinlich naja das hat man jahresbericht der erste ja das mit den lichte einfällen ist auch krass weißt ja ich bin ja hier komm ich wieder klären ja ich kriege die vorbeiren ja ja ich hab die nicht gesehen ich hab aufs licht geachtet das ist eine kiste wo hier halb versteckt gott in dem punkt tun hat sich hier lohnt also hunde geben kp ne uh neuer handschuhe ich hab schon den gang weiter ums eck laufen können da wär's vorne ja auch rauskommen so ich bin hier jaja aufs gleich wenn man aufs ertrar drauf bleiben muss dann bin ich automatisch mit drin äh wir bringen doch was mit Wir bringen was weg, oh wir bringen neue Brände zu lösen, wenn sie ihre Napalmproduktion nicht festen sind, sind wir nur eine steigte Briebe von einem Druckmann entfernt. So ist es angefangen? Ja. Den wir schon wieder auf einmal? Ja. Schaffst du es eigentlich? Das ist so scheiße. Sollen wir auf schwer machen? Wiener sind richtig assi auf schwer. Wer ist alles dafür, dass wir auf schwer machen? Negativ. Da müsste alles voller Napalm und Benzintank sein. Dani ist der einzig. Machen sie ihn unbrauchbar, egal wie. Wir wollen nicht, dass die Cleaners das Zeug holen, wenn sie fertig sind. Wir haben alle gesehen, was sie damit anrichten können. Kommt um hier, Kevin, wir machen es auf schwer. Dann würde Dani schon sehen, was er davon hat. Ja komm. Wenn der Dani meint, der er auf schwer ist, dann hau es auf schwer. Okay, probieren wir es. Wir werden es so sterbe. Ach. Äh. Der habt ihr jetzt schon. Ah, jetzt. Ich kann sagen, da kam nämlich Axttypes. Muss man halt in Deckung gehen und nicht ständig vor den Gegnern rumtanzen. Agent, die Cleaners legen immer neue Brennen. Da in Deckung. Da sind wir uns vorbei gerannt. Wenn wir ihre Napalmproduktion nicht stilllegen, sind wir nur eine steile Briefe von einem Großwand entfernt. Oh, da kam was. Sind wir schon wieder im Kran? Äh, eigentlich nicht. Nein. Also da, wo Sie gerade hinwollen. Das hat man doch eben. Hören Sie sie und zerstören Sie sie endgültig und dauerhaft. Wir müssen auch Ihren Anführer, Joe Ferro, ausscheiden. Wenn er entkommt, fängt er wieder von vorne an. Da müsste alles voller Napalm und Benzintank sein. Wenn Sie einen Tank finden, machen Sie ihn unbrauchbar, egal wie. Wir wollen nicht. Wir müssen das Zeug holen, wenn Sie fertig sind. Wir haben alle gesehen, was Sie damit anrichten können. Na? Das ist halt knapp. Ich weiß nicht mehr. Wir haben in der ersten Mission gesehen mit der Polizei, wie das ganze Ding noch schwer geht. Gut, da waren wir noch unerfahren und neu. Da war ich mit zwei anderen drin. Da sind wir von unserem Typen verantworten. Da sind wir wieder eingestiegen. Die zwei waren in der Garage und ich bin oben gestorben. Okay. Dann müssen wir runter. Geist, dass du nicht indem ich... Wow! Ah! Weiß nicht. Die ganze Zeit. Da unten an der Treppe. Nächste kommt hoch. Ja, renn doch weg. Wenn der Recher so hoch kommt. Hatte ich doch vor. Wenn Leute hinter mich stehen, ist das schwierig, wenn wir grenzen. War keiner hinter dir. Niemand. Alter, 5500 mit einem Scharschützengewehr in die Rübe. Süß. Und so, wie fährst du? Fast 7000. Krass. Wenn du das Gewehr aber da hast. 6138. Ja, mittlerweile habe ich wieder mal. Ah, du hast aber auch das Gewehr, wo du nach jedem Schuss noch laden musst. Ja, mittlerweile habe ich wieder meinen Karabiner, ja. Ich habe auch den Klassiker-Karabiner. Zu dir, wo der halbautomatische. Es gibt ja den, wo du den M1 nachziehen musst. Und es gibt den anderen, wo halbautomatisch ist. Und ich habe den halbautomatischen. Ich habe den, wo ich nach jedem Schuss nachziehen muss. In der Nähe. Terror, Burnett. Nimm sie ihre Leute und überwachen sie die Umgebung. Ich habe so ein komisches Gefühl. Jetzt irgendwas. Oh, oh. Zuerich, zurück! Vorsicht, hinter uns! Sie hat gerade runtergesprungen! Ach, nach hinten, zurück! Ich rein! Zuerich. Achtung, wo die Fässer. Er sagt zu wenig Schuss. Achtung, es wird heiß! Ja, ach, habe ich auch gerade gehört. ich hatte ich ja vorhaben nicht nur vorhaben auch machen ja ich kann nicht mehr weg von den typen wenn auf einmal alle um mich rumstehen halt halt bleib dort stehen Ich bin mir dankt, was brauche ich da hinten? Ich mag das Gewehr. Uh, der burned. Oh, wie er fliegt, lustig. Ah, du Bitch, geh doch über dessen. Ich habe einen Versuch bekommen. Ah, der ging noch. Ich muss gar nicht was er hat, ist reingenehm. Im Moment geht es noch. Wieder gibt es noch einen Modi, ne? Ja, der wechselt aber. Was? So ein Herausforderungsmodus, der wechselt aber. Genau. Das ist glaube ich nicht immer bei jeder Mission gleichzeitig vergeblichbar. Da gibt es immer jede Woche woanders zu suchen. Ok. Sicher? Ich glaube. Ich habe jetzt eher gedacht, dass es so irgendwelche Modifikator war. Der ist aber erst auf Level 30. Ajo. Das ist richtig knackig. Das ist jetzt schon richtig knackig. Gucken wir euch mal was drücken abgeht. Ja, das kann man ja vielleicht. Ich weiß gar nicht wo ich hin soll. Der wäre immer nur dafür, dass man sich irgendwie hinlegen kann oder hinknien kann. Aber hier kann ich ja gar nichts. Ja, oder allgemein bloß zumindest stoppen. Ja. Ich werde schon bloß in Deckung gehen. Das finde ich so ein bisschen schade. Also sonst ist das Spiel recht cool. Auf Deckung und springt uns weiter. Ja. Im Spiel habe ich das Gefühl, dass der Sniper dein bester Freund ist. Das war super. Ich bin keinen Platz gerade. Den schießt aus dem Körper. Wohl, dass man einfach hier nicht weiter gehen kann. Fahr mal doch. Ne. So bin ich dann hier. Ach, von was? Wo hab ich denn gesagt? Wo hab ich denn geschossen? Hinter uns. Treppe hoch. Nani! Was? Boah. Boah. Es leckt extrems gerade. Nani, ein Stück Milchschwimmen. Treffen gleich. Ich muss nur nachfladen. Ah, scheiße. Penner, Junge. Happen. Hilfe. Ah, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Äh, ich krieg hier auch noch. Oh, du kriegst dich direkt wieder drauf. Alter, was ist das? Danke. Wie du mich heilen kannst mit deiner Armband? Oder ist das toll? Ja, ist geil. Ja, ich hab die Magic Wonder Armband drauf. Wow. Magic Wonder. Magic Wonder. Immer noch eine Elite. Ich krieg's so drauf gerade. Ich komm hier nicht raus. Los. Nee, ist das keine Bombe, ist das eine Granate. Das ist ein Unterschied. Ja, ja. Das sehe ich. Ähm?